Hi Gude da draußen, hier ist der Grille und ich habe einen tierischen Hals. Heute wurde im EU-Rat von Deutschland für die Urheberrechtsreform gestimmt, also für Artikel 11 und Artikel 13 seiner jetzigen verkorksten Form. Wow. Der Merkel-Filter kommt also, zumindest wenn es nach Deutschland geht. Was im Koalitionsvertrag drinsteht, wird dabei mit Füßen getreten. Es ist unfassbar, was beim Thema Artikel 11 Leistungsschutzrecht und Artikel 13 Uploadfiltern auf politischer Ebene gerade passiert. Die Ignoranz gegenüber Millionen von engagierten Menschen, Kritikern mit mehr Ahnung als die meisten Politiker sowie den Internetnutzern aller Altersklassen ist nicht zu überbieten. Es wird denunziert, Mob, alles Bots, abgetan als nicht existent oder beeinflusst von YouTube und Co. Und jetzt mit dieser Entscheidung wird klargemacht, dass Politik fürs Volk eine Utopie geworden ist. In den Richtlinien zur neuen Urheberrechtsreform sind auch gute Sachen enthalten, aber Artikel 11 und 13 sind es nicht und hätten zumindest vorerst gestrichen werden sollen, um dann bessere, durchdachtere und fairere Lösungen zu finden. Dubiose Vereine wie die GEMA, Verlagshäuser wie Axel Springer oder Unternehmen wie Bertelsmann haben mehr Gehör in der Politik als all die Menschen mit ihren Sorgen und Ängsten, als all die Kritiker mit technischem Verständnis und Realitätsbezug, wenn es um das Thema Internet geht. Aber liebe Frau Merkel, Herr Voss und all die Parteikollegen der CDU und der anderen Parteien, die ihr euch für Artikel 11 und 13 entschieden habt, das Internet und seine User sind nicht nur Kinder und Jugendliche. Das Netz ist voll mit jeder Altersklasse und neben all den Nutzern und Konsumenten hat das Netz eine immense Vielfalt von Künstlern in Eigenregie hervorgebracht. Abseits der großen Verwerterkonzerne gibt es unzählige Künstler, die tagtäglich mit ihren Werken als Urheber das Netz und eine ganze Kultur bereichern und davon auch leben. All diesen Menschen wird ins Gesicht getreten. Denn ich kenne keinen davon, der Artikel 13 so will. Deren Stimme wird ignoriert. Die großen Konzerne haben es verschlafen, sich im Internetzeitalter anzupassen und Schuld sind immer die anderen. Jetzt will man die alten Geschäftsmodelle auf das wichtigste Medium unserer Zeit pressen und riskiert dabei einen Schaden, welcher es in seinen Grundfesten zum Negativen verändern wird. Die Menschen in dieser Netzkultur werden dieses Euro-Vorgehen nicht vergessen. Denn diese Menschen sind Millionen aller Altersklassen. Und auch die Kinder und Jugendlichen werden in den kommenden Jahren wählen dürfen. Ihr verkackt es euch mit einer der größten Communities auf dieser Welt. Der Community der Menschen, die das Netz tagtäglich nutzen, darin kommunizieren, sich kreativ ausleben und dadurch auch Freunde, neue Leidenschaften und Betätigungsfelder gefunden haben. Liebe CDU, ihr wundert euch, dass ihr keinen Nachwuchs bekommt. Dass die Wähler von Mal zu Mal von euch abspringen. Mal eine ganz ehrliche und nicht beleidigende Frage an euch. Seid ihr irgendwie dumm? Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.